so hallo zusammen in der heutigen produktvorstellung möchte ich euch das led jensee knicklicht vorstellen erhältlich in der farbe rot sowie in der farbe grün bzw gelb immer zwei stücke im päckchen das besondere an diesem licht zeige ich euch hier es verfügt über ein durchmesser von 4,5 mm sprich wie ein herkömmliches knicklicht und kann somit an jeder standard knicklicht pose montiert werden einfach die spitze ab montieren und das entsprechende knicklicht entweder in gelb oder in rot an der pose montieren zur montage selbst es wird eine starbatterie benötigt eine cr3 22 aufschrauben einfügen könnt ihr seht wie es leuchtet zuschrauben das ist hundertprozentig wasserdicht mit der dichtung und dann an der entsprechenden gewünschten pose montieren eine super alternative zum herkömmlichen knicklicht eine leuchtdauer von circa 20 stunden und können wir jedem empfehlen erhältlich bei eurem tackle dealer in diesem sinne viel erfolg am wasser